Herzlich Willkommen Leute zur neuen Fortnite Battle Royale Season mit Kunan Kapuz und Alex. Hallo. Ihr habt hier schon die neuen Effekte gesehen beim Rausspringen. Ihr seht gleich auch die ganzen neuen Skins in Action. Wir haben glaube ich alle jetzt einen anderen Skin genommen. Aber wir landen heute das Depot wie eine ganze Menge anderer Leute. Wir werden uns jetzt trotzdem erst auf den Kampf konzentrieren. Denn es gibt in der ersten Woche in der Season hier etwas zu zeigen. Und ja deswegen müssen wir hier in allen Hallen ist jetzt einer drinnen vor mir. Wir haben hier einen Kampf und keine Waffe. Oh Gott ja hier. Und Leute. Wir haben keine Waffe bei uns. Gebe ihm, gebe ihm, gebe ihm. Okay, okay. Wir haben eine Halle. Wir haben eine Halle. Kommt ihr zu uns in unsere? Hier sind noch mehr Leute. Jajaja, aber wegen Waffen. Jetzt kommt einer bei uns. Wir haben alle keine Waffen. Wir haben alle keine Waffen. Ja, okay. Es gibt noch einen mit einer Playstation Mütze. Der hat eine Waffe. Warte mal, wer hat keine Waffe? Bei uns. Oder? Wir haben alle keine Waffen. Hast du so viel Mütze? Der hat auch nichts gehabt. Ähm, komm auf der andere Halle. Alex. Alex, nimm die. Nimm die. Das sind Drehschuss. Egal. Lass uns wieder zusammenlaufen. Ja, ja, ja. Sicher ist sicher. Zone ist für uns. Ja, Zone ist gut, um das zu zeigen, was wir machen wollen. Hier ist ein Gegner mit Waffen, halt. Ja, zur Kunde anstellen. In der Ecke hinten. Ein Hit hat er bekommen. Ich bin jetzt rausrennen. Ich bin jetzt rausrennen. Nach links. Links weg. Hab ihn. Okay. Haben wir einen Playstation Dude gekillt? Nee, ne? Nee, ist weggerannt. Ähm, guck mal hier. Wir haben es sonst auf der anderen Seite schon gesehen, aber es ist auch hier. Man kann es also an den ganzen Wänden sehen. Und zwar, das hier ist eine Schatzgehalte. Das ist in der Season 1, äh, in der Season 3 in der ersten Woche eine Mission. Man muss diesen Schatz bergen in einer Battle Royale Runde. Und die Hinweise, die wir haben, ist das Aus mit dem Auto oben drauf, der große Stuhl und der riesige Baum auf dem Berg. Das kennt ihr sicher alle. Das ist jetzt in der Hinsicht erstmal kein schweres Versteck. Die werden hoffentlich und so noch schwerer. Aber, wir holen uns jetzt erstmal den Schatz. Hier müssen wir hin. Dieses Gebiet kennen wir. Und dafür müssen wir erstmal von uns aus jetzt nach Südwesten laufen. Ist in der Halle drin. In der ersten Halle ist er drin. Er hat ne Waffe. Keine Munition. Oh Gott. Mehr Gegner. Rein, rein, rein erstmal. Er ist wieder rausgelaufen. Sammeln, Capuzzo ist alleine. Hab ihn aber. Ich finish hin. Der Gegner, der Mate kommt von 2,40. Und ich muss mich heilen. Er ist schon drin wahrscheinlich. Ich seh ihn nämlich nicht mehr. Noch mehr Gegner, die wollen alle hier hin. Die wollen alle die Karte holen. Kapuzzo, du musst mit uns in unsere Halle kommen. Immer zusammen bleiben jetzt. Er war von mir, Nordwesten, Nordwesten und hinter mir jetzt auch. Hinter mir, hinter mir, hinter mich, hinter mich. Ich muss mich heilen. Ich hab ne 3 Schuss. Pass auf, kommt jetzt rein. Links auch aufpassen. Ich hab ne Pistole. Wir müssen hier weg. Ich hab ne. Er hat schon ein Schild. Wir müssen weg. Ja. Ich hab ne AK, glaub ich, hier. Alex hast du was? Einer kommt. Also in der Nebenhalle landet, in der Nebenhalle sammelt sich ein Team. Ja, die sind alle in der Halle drin. Und dann hast du da weg, rausrennen. Die knallen uns doch in den Rücken. Die werden den Schatz auch suchen wollen. Die werden auf jeden Fall auch zur Karte gehen. Kapuzzo fehlt wieder. Ja, okay. Ich hoffe jetzt einfach straight weiter. Ja. Ich bin der Erste, der down geht. Weil du zurückgeblieben bist. Ne, weil ich nicht wusste, was ihr tut. Wir haben gesagt, wir laufen rechts raus. Und ich hab gesagt, das ist sehr riskant. Genau. So. Wir gehen jetzt weiter nach Südwest. Und wenn man in Richtung Südwest schaut, sieht man nämlich auch schon, worum es geht. Weshalb auch so viele Leute bei Dusty Depot waren. Äh, der große Baum, das da muss einfach der sein, der auf der Karte ist. Der ist riesengroß, auf nem großen Hügel drauf. Weil leicht links daneben ist ein riesiger Holzstuhl zu sehen. Das ist also schon mal zwei Indikatoren dafür, dass das der richtige Weg ist. Und jetzt geht's nur noch darum, den Schatz zu suchen. Und nicht zu sterben. Und, genau, das ist auch noch dazu. Wir sind am ersten Tag des Battle Passes gerade unterwegs. Bedeutet, heute machen das auch die meisten. Ja, man kann das bestimmt auch locker irgendwann später nachholen. Und dann hätte man nicht so viel Stress. Bist du von links? Weiter laufen. Äh, hat auch, der, hat hier. Ich hab die ganze zu den Dings im Nacken, oder? Die nehm ich. Ne, doch nicht. Da nehm ich sie nicht. Das ist ne Waffe, aber. Ja, nimm mit. Ich hab 24 Schuss und 10 Meter Pistole. Boah, was für ne Schatzsuche, ja. Das ist ja auf unserer Flussseite, auf jeden Fall. Müssen aber nach. Oh, da sind Bandagen. Hey. Wo ist denn der Norden? Der Norden zeigt dir nur an. Ja, genau. Das zeigt dir nur an, in welche Richtung du stehen musst, um deinen Schatz zu sehen, wenn du die Karte in der Hand halten würdest. Aber für uns ist das nicht so wichtig. Da ist einer leider zum Himmel gebaut. Oh, wow. Wie das ausschaut. Boah, knacken. So, wir müssen jetzt bald da sein. Wir müssen auf jeden Fall noch rüber. Ne, wir sind doch auf der richtigen Flussseite. Das war kein Fluss, das war ne Straße. War das ne Straße? Ja. Echt? Ja, das ist ne Straße. Ach, stimmt, der Baum da oben. Guck mal, der große Baum könnte es ja schon sein. Das ist der große Baum, da müssen wir nach links weg. Genau, wir müssen nach links weg. Aber die Brücke, da war tatsächlich, wo die Brücke auch ist. Das, ähm, der große Stuhl und, ähm, das Haus mit dem Auto drauf, werden getrennt von einer Straße. Das ist also, das müsste genau hier sein. Genau da, wo die Brücke ist, lustigerweise. Genau da, wo gebaut wurde. Ja, und hier ist nämlich eigentlich noch ein Baum, den haben die dann wohl gefällt. Gegner, komm. Rechts, rechts, rechts. Oh nein, ich hab 22 Schuss. Ich hab aber einen. Ich hab nicht einen getroffen. Das war's, out of ammo. Ja, ich hab gar nix mehr. Aua. Also ich hab einen, der ist an sich Schuss. Karwein down? Ja. Ist noch auf der Schräge. Ja, noch ein 31 Schild. Ja, 31 Schild, der hat noch was. Kommt der ran? Jupp. Bevor der aufhebt. Oben drauf. Hab ihm nochmal angeschlossen, wieder keine Muni. Einer ist ihm runtergesprungen, glaub ich. Äh, ja, da steht wieder einer. Die finishen mich. Er hat mich nicht gefinisht. Habt ihr den echt aufnehmen können? Okay, 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 wo ist das Dalu Card, der aufgehoben wird. Ach, der Kunon ist echt gut. Wo ist Kunon denn? Ach, Dalu hat mir die Waffe weggenommen. Ich seh wirklich nicht, wo Kunon ist. Richtung 120. Da hinten ist da. Nein, es ist immer so leicht, aber ich hab hier überall angezeigt. Bauen, bauen, bauen und ich seh ihn halt oft nicht so schnell. Und das war auch letztes Mal der Fall. Oh, ich hab den Schatz gefunden, Leute. Ja, es stand grad auch schon drauf. Ich stand auch krank, ja. Oh, wow. Also mir werden oft zu viele Sachen angezeigt, dass ich das Spawn, äh, dass ich dann keinen Namen seh, oder? Eine Challenge ist noch zu gewinnen eigentlich. So, und wenn man hier hinkommt, der ploppt nämlich auf. Hier sieht man ihn noch nicht. Hier wäre eigentlich ein Baum normalerweise. Genau, hier ist noch ein Baum. Wenn du hier stehst, siehst du den nämlich noch nicht. Und wenn du näher rangehst, dann ploppt das Ding auf. Und wenn man das einsammelt, dann hat man die Battle Pass Quest geschafft. So sieht's auch aus. Sag mal, wo, wo, wo war das? Ich weiß noch nicht das. So, wo, da du noch steht. Hey, da. Okay. Oh, wow. Yeah. Habt ihr was zum Heilen? Ich hab sechs AR-Muni und Bandagenlagen hier irgendwo. Ich hab zwölf AR-Muni. Ich hab fünf von Lagen. Ich hab fünf von Juga AR. Äh, das sind mal 70 AR. Äh, das sind mal 70 AR. Das sind mal 70 AR. Ich sehe noch einen. 70 AR, noch einmal 70 AR hier. Bandagen dropp ich hier. Und die nächste Zone ist für uns richtig doof. Und das hier ist der große Stuhl. Und das hier ist der große Stuhl. Braucht noch mehr AR? Das ist kein Spektrum, ich weiß. Okay, gut dann. Egal. Dann in die Zone, oder? Ich hab noch Bandagen gedroppt, äh, aber können wir den Alex geben. Ja, den Alex. Alex, ich hab noch einen kleinen Schild. Erstmal laufen. Erstmal laufen. Keine Schild rein? Dann lass ihn. Ja, laufen. Kürze Sekunden, kund die Zone an, wie weit die weg ist. Da haben wir die anderen Räuber gekriegt. Hehe. Waren das die meinsste? Das waren die gleichen, die hinter uns waren? Ne, das kann nicht sein. Nein, das war eine andere Gruppe. Aber, aber stammt nicht, dass der Schatz vor den Baum ist oder sowas? Der Baum wurde weggemacht. Ja, den hat einer abgebaut. Ah, okay, okay. Wow, das ist ja böse. Mal gucken, was uns das bringt. Also das bringt uns eigentlich nur diese wöchentliche Quest, ne? Das war lediglich ne Quest, mehr nicht. Also, also das, was wir bekommen haben, wir kriegen auch jetzt nicht noch einen Stern, weil das war ja so ein Stern, das war einfach nur die Questabschluss. Äh, schnell vor uns. Ja, N, O. Und Teddy wieder. Der Bogen ist auch nicht, den finde ich nicht so geil. Wir müssen schneller schießen. Der ist im Haus, sind mehrere Leute. Im Haus, ja. X zum Bauen. Äh, rechts vom Haus ist einer. Ich hab genug zum vor mir. Wo? Da hinten. Ist angeschossen, gehören. Den kannst du ab. Komm. Er hat mich. Ich bin, ich fahr' ihm rein. Einer fehlt noch, der Teddy. Der kommt. Ne, der ist da noch. Er ist dauernd, dass das über uns explodiert ist. Warte, was war ich? Gut kassiert. Wir sind in der Zone. Ja, aber wir sind in der Zone. Boah, ich hab so wenig Schuss, ey. Was? Was brauchst du, Alephs? Alles. Habt ihr Bandasen? Jetzt kannst du mir den Schildrang droppen. Drei Stück, ja. Ja, Bandasen, genau. Das suche ich auch gerade. Ja, Schildrang, kippe mir. Wie viele sind das? Einer. Bandagen, Dalu. Hier, sieben Bandagen. Wie viele Schildern hab ich auch noch? Einer. Ich hab auch noch einen kleinen. Über jetzt. Hat einer Granatenraketen. Der hat meine Waffe geklaut. Hier, kleiner Schildern noch. What the fuck, irgendeiner hat meine Pumpkan direkt geklaut, schon wieder. Achso, hier. Ja, nimm den den. Äh, Raketendalu, acht. Jetzt wahrscheinlich irgendeine andere abfunden. Ich hab die Raketen nicht. Die muss eine aufgehoben haben. Okay, dann hat's wieder Alex. Da, nee, da, da, da. Alles gut, alles gut, alles gut. 14 Stück, aber... Okay, weiter. Pumpkan ist zwar nicht mehr da, aber egal. Weiter. Ich hab doch jetzt wieder eine gedroppene grüne. Dann gibt's ja keine grüne. Ich hab die, dann hat die jetzt mal drauf. Alex hat, äh, Kapuza hat die gedroppt, aber da die keine aufgehoben hat, dachte ich nicht, dass du von der Waffe redest. Also ich dachte, du meinst was anderes. Ich hab, wenn du noch eine graue hast. Ich hab jetzt alles weggeworfen. Dein Eigentum. Ähm, habt ihr genug zum bauen noch oder so? Nein, ich hab fünf Metall. Das ist nicht das Problem. Naja, bauen ist immer gut. Und dann komm mal her zu mir. Ah, Munition, sehr grüß. Ja, warte, ich guck ihn noch nicht. Ich dropp hier mal 190 Holz hier. 13 Gegner nur noch. Was mit genug? Links von uns wird gebaut, 15. Danke. Oh. Ah ja, da oben, da oben. Ich weiß nicht, ich hab nicht gesehen, wo es genau war. Ich hab's noch weit da hinten. Das ist ein Factory sein. Ah, ja, die schießen da genau. Ich weiß auch nicht, dass das Factory ist. Lol, da wird eine richtige Burg an der Factory. Ja. Das links hier hab ich gerade erst gesehen, da ist was gebaut worden, das hier. Ja, ich hab auch einen angreifen sehen. Da, er ist da mittendrin. Hier bei mir ist einer close. Oben. Habst du ihn down? Bei mir ist einer low. Hab ihn low? Ist down? Ja, das war der, das war der. Link skipp mir, der links oben schießt. Links um. Ja, rechts um. Ach, ich hab irgendwas. Ja, gut. Er ist gut. Er ist down. Ah, der. Ist einer unter mir von euch? Ich bin nebenher runter gesprungen. Okay. Weil hier noch ein gedownter lag. Hast du ihn noch gesehen? Ja, ne? Nicht, dass der jetzt aufgerungen wird irgendwie neben mir. Der ist in dem Haus drin. Da ist keiner. Hab ihn. Ja, gab sie. Ja, waren alle. In der, in der Hütte drin zum Looten, Alex. War was zum Halt? Ja. Oh, drei Stuttgartenschiffe, nice. Ich hab drei Bandagen. Denkt an, die greifen jetzt alle uns an hier, ne? Wir sind übelst das geile Ziel gerade. Bei mir liegt noch eine epische Sniper unten. Boah, fast, fast gestorben. Ah Mist, ich find keinen Desert Eagle, ey. Wo unten? Äh, vor dem Eingang, vor Garage. War da keine Deagle bei. Keiner von denen. Hatte keinen. Was ist denn das? Hier ist noch Handgranaten. Ja, die kommen jetzt gleich alle, dann kannst du richtig Damage machen. Hat der vielleicht was zum Heilen? Drei Bandagen. Habt ihr genug Eier, Muni? Ja, das hab ich alles für nur Heilen. Hier Kunran, bei mir. Die Bandagen nehm ich, wenn wir. Oder eine zumindest, Alex. Sie liegen. Ich hab's hingelegt. Wo? Ja, sie lagen hier, wo ich jetzt stehe. Hier hab ich getroffen. Die sind runtergerutscht, die sind runtergerutscht, die Bandagen. Oh, die Kiste ist noch da? Ist ja selten. Kunran hast du uns. Du hast den Sniper aufgehoben, oder? Ah, es sind zwei. Warte, ich dropp wieder. Naja. So, aber auch nochmal einmal. Kapuze, Schilddrank, oder Kunran? Ich weiß nicht, wer der Video hat. Nimm du ruhig. Kapuze, ich hab ja noch. Okay. Okay, ich seh keine Gegner. Da liegen Pulsgranaten da. Wo? Da, bei mir. So, ich, warte, hör. So. Ich bin jetzt über dir. Ah, du bist über mir. Okay. Hier unten, da. Na, ich seh wer. Ich hab 105. Ja, ich hab's auch gar kein Problem. Dann 105, die nächsten. Warum? Die springen da irgendwie komisch. Hä? Was tun die? Ich hab so ne Treppe zu bauen. Ah, okay. Haben sie geschafft. Das steht Versuch. Ja, alle Kunran. Ja. Die bauen noch hier. Na gut, wir müssen ja in die Richtung. Ziemlich hoch da, hallo. Kannst ja in den Baum springen, wenn du Angst hast. Was ist das? Ein Viererteam? Machen wir mal gucken. Also, gesehen haben wir nur Schweine. Oh, links sind zwei Air-Drops. So. Einer kommt raus. 120. Kann ihn nicht sehen wir in den Baum. Ja. Oh. Ja, ja. Sniper von links, oder? Ne. Ja. Der rechts ist down. Der rechts ist down. Der Ritter ist schon unter Schild. Der Ritter ist auch down. Rechts. Also rechts zwei da. Genau da. Mach den mal weg da. Ah, komm. Schieß weiter. Ja, ja. Ich hab ihm 35er Hit von den Baum gegeben. Er sunken. Er sunken. Er sunken. Er sunken. Hast du die beiden gefinischt? Nein, den anderen finde ich nicht. Okay. Du musst auch irgendwo da sein. Oh, ein letzter Random. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, der war hier in dem Gebäude hier 60. In irgendein Haus wird das unser Nerf. Hier? Ich glaube, ja. Aber nicht safe. Ich hätte schwören können, hier waren eben noch. Okay, schau mal. Ah, schau mal nicht. Und den machen wir jetzt. Im Keller hier bei mir könnte er sein. Was? Für Witze. Da ist ein Sniper drin. Ne, safe. War das beim Haus, wo ich bin? Hier bei mir ist er drin. Alle Kunden ran! Nein! Ich bin durchs Haus gerannt, hab Fallen gelegen. Das war cool. Man kann jetzt noch umlaufen. Ja, boys! So, das war die erste Runde aus Season 3. Leute, ich hoffe, das Rundchen hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da. Jetzt wisst ihr auch, wo der Schatz ist. Wir sind zum nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschau! Tschüss! Tschau! Der Mal 혹. Tschüss! T estrogen bis zum nächsten Mal! T